Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Deutschland und Frankreich vereint im Kampfpanzerprojekt. Deutsch-Shield – Deutsch-Französische Kraftanstrengung für gemeinsame Verteidigung. In einem bemerkenswerten Schritt haben Deutschland und Frankreich ihre bilateralen Streitkräfte in Richtung künftiger sicherheitspolitischer Herausforderungen mobilisiert. Beide Länder haben bekräftigt, dass sie in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik Hand in Hand arbeiten werden, um einen stabilen und sicheren europäischen Kontinent zu gewährleisten. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron haben in einer gemeinsamen Erklärung betont, dass die Verteidigung Europas kein Alleingang sein kann und dass eine kollektive Aktion erforderlich ist, um die anstehenden strategischen Herausforderungen zu bewältigen. Das Bundesverteidigungsministerium und das französische Verteidigungsministerium haben angekündigt, auch in den Bereichen Cyberverteidigung, Terrorismusbekämpfung und Friedenssicherung enger zusammenzuarbeiten. Dies unterstreicht die Wichtigkeit der bilateralen Zusammenarbeit, um die gemeinsamen Werte und Prinzipien zu bewahren und zu verteidigen. Die verstärkte Kooperation umfasst auch den Austausch von militärischem Personal, die gemeinsame Ausbildung und die gemeinsame Entwicklung von Verteidigungstechnologien. Dieses Engagement ist ein Zeichen dafür, dass Deutschland und Frankreich entschlossen sind, auf der Grundlage von Solidarität und gegenseitigem Vertrauen an Strenge und Widerstandsfähigkeit in der Verteidigungspolitik zu arbeiten. Während sich der geopolitische Kontext verändert und Unsicherheiten zunehmen, sei es in Form von Änderungen im transatlantischen Bündnis oder in der Natur und Häufigkeit von Sicherheitsbedrohungen, stellt diese Initiative sicher, dass beide Länder in der Lage sind, ihre Bevölkerung und ihre regionalen Verbündeten zu schützen. Die Entscheidung bekräftigt die entscheidende Rolle Deutschlands und Frankreichs in der europäischen Verteidigungslandschaft und zeigt ihre Verpflichtung, die Stabilität und den Wohlstand Europas jetzt und in der Zukunft zu gewährleisten. Autor Anita Farke, Freitag, 26 April 24 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.